Hallo Leute und Willkommen zu meiner Kanalvorstellung. Ich bin der Daniel, bin 16 Jahre alt und ich habe keine Hobbys. Deswegen habe ich diesen Kanal vor einem Jahr schon eröffnet. Ja, so ist es eben. Am 1.10. wurde dieser Kanal erstellt. Und ja, am 17.10. kam natürlich das erste Video. Ja, das war ein gutes Video. Ich habe mich in der Zwischenzeit schon ein bisschen verändert. Bin jetzt ein Jahr älter geworden. Hab mehr Erfahrung gesammelt. Naja, ich bin immer noch beim Aufnehmen immer noch sehr schlecht. Auch wenn ich ein bisschen größer werden möchte. Ja, mein Kanal ist sehr bescheiden. Mit nur 18 oder 19 Abonnenten bisher. Kann sich ja noch alles ändern. Aber ich hoffe mal, dass alle, die das Video sehen, sich bei mir... Also auf meinem Kanal meine ich natürlich Spaß haben. Denn ja, ist schon ein kleiner Kanal, der wahrscheinlich nie hier irgendwie tausend Abonnenten oder irgendwas knacken wird. Ich möchte aber trotzdem Spaß haben. Das ist nämlich auch das Prinzip, nach dem ich auf diesem Kanal handle. Wenn ich Spaß habe und Lust und Zeit, dann nehme ich Parts auf. Also von den Let's Plays. Wenn ich keine Lust habe, warum sollte man dann Let's Plays aufnehmen? Also nehme ich dann eben nichts auf. Was ihr im Hintergrund seht, ist mein neuer Discord-Channel. Also nicht das hier, sondern das hier ist ja vom lieben Destiny-Cast, also Yannick. Und das hier ist meiner. Ich verlinke ihn hoffentlich euch in der Videobeschreibung, wenn ich das hinbekomme. Und ihr könnt darauf spielen und alles, keine Ahnung, machen. Ja, ich bin auf Discord und nicht auf Skype so aufmerksam geworden durch, wie schon gesagt, Yannick. Und ich hoffe mal, dass euch meine kleine Kanal, mein Kanal-Trailer kurz und knapp gefallen hat. Ich hoffe, wir werden gute Freunde. Schreibt gerne mal in die Kommentare Fragen, die ihr euch stellt, die ich vielleicht mal beantworten soll. Und ich würde sagen, dann war's das hiermit. Der Kanal-Trailer ist fertig. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wir sehen uns dann bei uns. Ja! Wir sehen uns dann bei uns. Nein!